Willkommen zurück zu mitopia in der letzten folge haben wir gomma hd aus dem den clown des bösen befreit und nun machen wir noch ein quiz mit tingel vorhang auf ist das quiz von heute drei fragen let's go frage 1 das war der standard weiße mütze hatte einfach um man das war die key nice das war nicht so very hard und frage drei ja das war wie gesagt gomma hd den wir in der letzten folge befreit haben und nun uns folgt ich bin gespannt was uns erwarten wird heute in diesem himmelsturm denn es scheint noch sehr lange weiter zu gehen ich weiß nicht wie lange aber ich hoffe nicht dass noch so weitere zehn folgen so geht weil ich will das finale haben jetzt sofort schon wieder war ja klar dass das noch mal gegen ende hin passiert na komm gehen wir weiter mies was willst du tun was willst du tun du willst was haben herzen rüstung lass mal sehen wie das aussieht oder auch nicht dann halt nicht ja ich dachte herzen rüstung könnte michael eigentlich ganz gut passen vom aussehen her aber dann halt nicht ne und wir haben neue snacks ultimatesse sternchen noch delikater als die ultimative delikatesse unerträglich gut ja eiskalt salat sternchen schneekristalle halten den frischen salat besonders lang knackig ja eiskalt salat kühl und knackig kommt dieser salat in kalten gegenden oft vor ok kann ja jeder mal probieren bis ich nichts mehr davon habe zack 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 ich versuche so ein bisschen die nächsten paar folgen spiel so ein bisschen speedrun kann man sagen bisschen alles vorspulen bisschen schnell durch weil ich glaube wir wollen alle nur noch sehen wie das finale aussieht um echt zu sein nicht dass das spiel wie langweilig wäre oder so aber es wird langsam zeit dass wir die afterstory mal erreichen und die story hinter uns lassen oder zumindest seh ich das so du genug gegessen genesen ok wir gehen da oben lang wie genau ok Das heißt, hier einen kürzeren Weg. Heißt, das hier ist der Hauptteil. Und wir haben aber Gomme. Das ist der Vorteil. Wir haben jetzt hier Gomme und den längeren Weg. Schon ziemlich verträumend. Schläfst du im Kampf ein. Schlafen ist gesund. Es hat doch niemandem geschadet. Da hast du wohl mitten im Kampf überhört. Naja, also... Im Kampf schlafen ist schon ziemlich respektlos. Kling über den Gegner. Ufo A und Ufo B. Oh mein Gott, sind die gruselig. Weg mit euch. Bam, bam. Irgendwo muss doch der dunklere First Iwata stecken. Irgendwo ist er doch. Wahrscheinlich ganz oben, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder wir sind ganz oben und dann so... Ja, nee, Leute. Ihr habt so lange gebraucht. Ich bin schon wunders. Sorry, geht noch weiter. Es gibt noch zwei weitere Gebiete. Und ganz viele Quests. Yeah, Geburtstag. Kuchen. Juhu. Aber jetzt ist doch gar nicht mein Geburtstag. Das dauert noch einen Monat. So wie die Karte sich bewegt, habe ich das Gefühl, dass dieses Level keine verschiedenen Wege hat. Was mich freut... Warum setzt ich nicht mega Explosion ein? Was mich freut, weil ich mag keine verschiedenen Wege. Was alle eigentlich wissen sollten, die das Display schon seit längerem schauen. Eine Folge reicht. Dann müsste man das eigentlich schon wissen. Bam. Das ist wahrscheinlich sogar eins der längsten Let's Plays, die ich je gemacht habe. Merkt man auch daran, dass es gerade das Einzige ist, was ich hier raushaue auf dem Kanal. Aber ich kann euch versprechen, ich habe vieles in Planung von Let's Plays her. Okay, Ingi, du willst mich noch hier reinschmuggeln. Ja, komm, hau ab. Also, da kommt auf jeden Fall noch was. Aber erst, wenn wir die Hauptsorie durch haben. Deshalb pusche ich gerade so ein bisschen rein. Und hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Dieses Schwert sieht richtig cool aus, möchte ich kurz anmerken. Vielleicht sogar cool als das. Doch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte ein bisschen Veränderung haben für Maike. Ich meine, das ist zwar ein cooles Schwert. Wir brauchen mal hier, was richtig reindonnert, richtig reinhaut. Genau so viel Schaden macht, wie Pokémon aus der ersten Generation. Oh, handlicher Stab. Wie lange wollen wir den schon haben? Sehr lange, oder? Vielleicht wird das noch was. Hier, trink die ganzen Tränen aus. Und wo habe ich die denn jetzt schon wieder? Ich will die nicht. Törtchen. Hier, du hast Geburtstag für die. Happiest Day. Super. Du würdest die haben, aber ich gebe sie dir nicht. Das auch nicht. Ah, das habe ich auch noch nicht probiert. So langsam geht es ziemlich schnell voran mit dem Essen. Wir kriegen das auf jeden Fall noch durch. Dass jeder alles probiert hat. Okay. Also, das wahrscheinlich erst so gegen ganz am Ende des Displays. Weil, wie gesagt, nach der Afterstory... Äh, nach der Hauptstory kommt noch die Afterstory so rum. Die wird zwar nicht so oft kommen. Aber... Das ist vielleicht auch besser so, dass es nur so ein... Dass dieses Display dann rüberjumpt. Zu einer Art Neben-Let's Play, könnte man sagen. Oh, zwei verschiedene Schwerter. Cool. Weil Neben-Story ist nicht für alle so interessant wie Main-Story. Aber gut, genauso können wir uns auch andersrum sagen, dieses Argument. Viele wollen auch nur die schwierigen Stellen des Spiels sehen. Und nicht die Story. Und manche wollen halt nur die Story sehen und nicht die schwierigen Momente. Aber... Schwierig ist nicht leicht. Deshalb kann das ein bisschen dauern. Bis ich so eine schwierige Folge... Ähm... Online kriege. Deshalb... Wird dann Mitopia nicht mehr jeden Tag gefühlt kommen. So wie es gerade ist. Ähm... Ja. Ich chill halt ein bisschen, so mit Mitopia. Spiele ich dann nur noch ab und zu nicht. So oft. Alles klar. Ähm... Keine Ahnung. Ich hatte nur irgendwie... Irgendwie so Bock ein bisschen darüber zu reden. Es gibt ja sonst kein Gesprächsthema in diesem Spiel. Das meiste ist ja eigentlich schon gesagt. Was man sagen kann. Ist halt auch ziemlich schwierig, so eine... Let's Play so lange durchzuhalten. Mit so vielen Folgen. Ich wette, die meisten kriegen können das nicht mal. Ähm... Also ist schon cool, dass ich das in Kriege. Ähm... Gut. Dazu muss ich aber auch sagen. Dass ich äh... Früher so Let's Plays hatte. Wir haben irgendwie so ein paar Folgen angehalten. Und das war es dann. Einfach aufgehört. Einfach aufgegeben. Keine Ahnung. Da geht es aber vielen so, glaube ich. Viele, die versuchen so Let's Plays zu machen. Die halten das noch nicht lange durch. Aber gut, Let's Plays ist auch nichts für jeden. Nicht nur zum Let's Plays machen, sondern auch zum Let's Plays schauen. Und das ist auch gut so. Das ist auch vollkommen okay. Irgendwas riecht gut. Endlich fällt es dir auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Selbstgemacht aus Ziegenmilch, Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst? Tja. Moment mal. Katzenstreu. Oh nein. Mir ist die Geheimzüttung rausgerutscht. Aber... Katzenstreu riecht doch nicht so gut. Oder ist das zum Balancen, dass es nicht zu gut riecht? Na gut, obwohl. Ja, Erdbeeren riecht schon ganz gut. Honig, ne? Ob es jetzt gut riecht? Hat nicht so viel Geruch, oder? Na gut, es kann Honig. Das kann ich es gerade nicht wirklich sagen. Was war das andere? Keine Ahnung, aber. Katzenstreu. Ich weiß, es ist nur als Joke, aber... Mö? Hm. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Aber lassen wir es einfach. Lassen wir es einfach. Es wird gerade ein bisschen zu gut. So. Nächstes Level geschafft. Alles wieder ausgeruht. Hm, boah. Miku drängt gerade über ihren nächsten Single nach. Was für ein Lied sie machen könnte. Super Robe. Pharao-Schwert. Habe ich dir das nicht gerade gekauft? Hä? Habe ich dir das nicht gerade gekauft? Ich bin gerade blöd. Ich meine, das habe ich hier gerade eben erst gekauft. Übrigens ist es ein Halloween-Outfit, ne? Ich komme es ihm an, weil... Das passt halt ziemlich gut zu Freddy. So was. Doch. Das tragen geht. Lasse ich ihn tragen. Das passt sehr gut zu ihm. Ich meine, gruseliger Carriker. Da mit gruseligem Outfit. Das muss ich glaube ich nicht erklären. Hast du das nicht auch schon? Also ich bin gerade wirklich verwirrt, ne? Die haben das alle schon. Gumi-Alien im All. Sind sie fest auf der Erde? Werden sie gummiartig und weich. Okay. Schmeckt aber nicht. Ja, ganz okay, ja. Ne. Meistens schmeckt es nicht. Oh, das schmeckt vielen, aber Freddy vor allem. Natürlich kannst du das mal wieder nicht probieren. Scrollen jetzt hier alles durch, was probiert werden kann und was nicht. Blüm, blüm, blüm. Oh, das hat noch niemand, noch niemand gegessen. Das können wir ja schnell ein bisschen verteilen. Ach, du bist ja satt, ganz vergessen. Nein, habe ich nicht, aber habe es trotzdem probiert, das irgendein Grund. So, ich glaube durch den Sekt sind jetzt sowieso alle satt. Lassen wir es. Ein Level geht noch schnell mit Miku. Nicht auf dem Platz, auf dem Platz, genau. Auf dem Sportplatz. Na gut, machen Pferdesport. Ich denke mal, reiten ist mehr oder weniger Sport für die, oder? Ich kenne mich nicht so sehr mit Pferden aus, um das jetzt gerade selber zu beantworten. Just guessing. Aber es gibt noch viele Level, ne? Aber wir werden auf jeden Fall diese Ebene dieser Folge fertig kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, um ehrlich zu sein. Ich mache immer noch die Musik. Wie ist es schön? 5000! Ja, nice! Nehme ich mit! Na, alles gut. Das ist vollkommen nice. Ja, das ist richtig nice. Ach still, wir haben noch richtig viele Tickets, die könnte ich auch irgendwann mal ausgeben, ne? Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Essen durch bin, machen wir die Tickets. Fürs Ende noch. Äh, hier sind ein Gegner drin in der Truhe. Nicht so schön, aber ich mache trotzdem jede Truhe auf. Für die 100% jede Truhe aufmachen. Auch wenn es heißt, dass ich wieder Banshee-Tränen bekomme. Es muss sein. Ach, Menno, Freddy! Ja, ist immer noch Sau auf ihn. Irgendwas im letzten Fall passiert, meine ich. Dass das so gekommen ist. Ja, hat irgendein Blödsinn gemacht. Die werden sich noch vertragen, ganz sicher. Oh, oh, sorry. Jetzt habe ich das geskippt. Level Up für Young Mike. Hitzegeschoss gelernt. Feuere drei fette Geschosse in die gegnerischen Reihen. Okay, das hört sich nach einer sehr guten Attacke an. Ja, mehr habe ich jetzt noch nichts zu sagen. Hört sich gut an. In das Zimmer von Young Mike möchtest du gehen. Dann gehe du da mal hin. Aber ich weiß nicht, ob das so gut sein wird. Okay. Wir sind erst Level 4. So viele kennen sich noch kaum. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber, hä, ich habe hier doch dieses Schwert gekauft. Hä? Oder nicht? Warte. Oh! Oh, die sehen richtig ähnlich aus. Oh, die sehen sehr ähnlich aus. Welches mag ich denn mehr? Das hier nennt mich irgendwie so ein bisschen an Garnons Schwert. Das könnte so ein Linksschwert sein. Mit unten diesen Flügeln da an dem Logo. Ja. Garnons Schwert oder Linksschwert? Ich glaube Linksschwert, weil... Ist so ein bisschen heller. Die Punkte passen gerade zum Outfit. Oder allgemein passt das auch zum Michael Klein, denke ich mal. Ich würde sagen, das Alter nehmen wir hier. Auch wenn die schon ziemlich ähnlich aussahen beide. Ja. Machen wir schnell weiter. Wir haben noch einiges auf uns vorliegenden. Deshalb, let's go. Ich hoffe, dass hier führt direkt nach oben. Ich weiß, dass ich mich schon erwähnt habe, aber die Musik gewinnt mich ein bisschen an Mario G. Auf jeden Fall. Mega Explosion. Noch mehr Bär. Oh, alle helfen. Das reicht trotzdem nicht. Alla mitgeholfen und es reicht trotzdem nicht. Heißt das, wir müssen mehr leveln oder was heißt das? Oh, ich habe den Turn von Freddy geklaut. Eigentlich vielleicht auch besser so, weil ich meinen Characters sowieso stärker als der von Freddy. Ich kann es immer noch nicht fassen. Was denn? Dass ich der dunkle Fürst war. Meine Taten als der dunkle Fürst lassen schwer auf meinem Herzen. Ich habe so vielen Leuten leid zugefügt und lauter schreckliche Dinge getan. Du kannst dich also an alles erinnern? Ja, schrecklich. Doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich konnte nur tatenlos zusehen, wie der dunkle Fürst es handplagte. Das war sicher nicht leicht. Der arme. Der arme alte Gomahadie. Tut mir schon leid. Natürlich gibt es am Ende nochmal weitere Weggabelungen. Natürlich. 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 Uff. 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 Wir sind beide runtergefallen. Auf die Fresse. Völlig geht es so kaputt und wir lachen trotzdem. Nice. Hör einfach auf. Okay. Wie überendet. So. Natürlich nur das normale Schnauben. Ja, die Gegner hier sind ziemlich hartnäckig, aber das heißt trotzdem nicht, dass die Kämpfe länger andauern müssen dafür. Okay. Es gibt so viel ich kann. Ich kann nicht mehr skippen. Also ich könnte theoretisch auf automatischen Kampf stellen. das bevorzugen die Gefühle, dass man einfach, ähm, einfach nur Vorsprung gedrückt hält und sich einfach hinlebt oder so. Entspannend. Vielleicht irgendwas am Handy macht oder so. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das macht. Aber ich, äh, ich hab dann schon lieber die Kontrolle noch über meinen Charakter. Badabada-Bow. Bäum. Yay. Ihr beide seid schon mal Level 20. Kann ich euch ja jetzt austauschen. Mit zum Beispiel, äh, Freddy. Mö, mö, mö. Ja. Ja, und dann werde ich schnell das eine Level nochmal machen müssen. Wegen dem Weg. Warum rede ich so? Ich hab keine Ahnung. Ja, yeah. Dambadadam. Level up für Maike. Voll ins Auge gelernt. Triff einen Gegner. Verursacht bei Gegnern mit Augen mehr Schaden. Also Moment. Es trifft einen Gegner. Und zwar sucht, verursacht mehr Schaden bei Gegnern mit Augen. That's very specific. Ja, achso, ja. Und, schade ich auch. Ja, bleib, ja. I guess that exists. Neue Technik. Hitzegeschosse. Feuerattacke auf Feuergegner. Perfekt. So, nun wo wir einiges an Geld angespart haben, können wir uns das Helden-Mikro leisten. Aber ich meine, das hätten wir doch auch schon für Mikro oder ist es wieder mal ein ganz, ganz ähnliches. Ja, es ist mal wieder ein ganz, ganz ähnliches. Na, welches mag ich mehr? Eigentlich das wegen den Flügeln. Ja, sorry. Eigentlich mag ich das mit den Flügeln mehr. Keine Ahnung. Ich finde irgendwie, das sieht schicker aus. Helden-Geschoss. Schön mit dem, mit dem, äh, Helden-Emblem draufgeklatscht. Bitte schön, dein Gegner zeigen kannst. Hallo Leute, schaut mich an. Ich bin ein Held. Trademark. Super. Es freut mich, dass ihr so stolz seid, Helden zu sein. Von Mi-Topia. Trademark. So. Freddy trinkt gerne die ganzen Tränen aus. Jetzt habe ich aber heute kein Essen, ne? Auch schon jeder. So nervig. Wirklich. Hier. Habe ich noch irgendwas? Ich habe kaum noch irgendwas. Ich habe ganz viele, ähm, verschiedene Sachen. Da war kaum irgendwas Einzelnes ganz oft. Was es halt schwieriger macht, weil da muss ich halt mehr überlegen, was ich wem gebe. Äh, ja. Das macht es ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall. Dun, 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 dun. Äh, machen wir es mal so. Kann Miko auch noch mal ein bisschen mitkämpfen, am Ende hier. Zwölf verschiedene Mikros. Ja. So, hier gibt es noch ein Level. Äh, ich hoffe, dass wir da, aber dann hoffentlich direkt nach oben die Treppen hochkommen. Und nicht, dass irgendwie auf der Treppe oder am Rand noch ein Level ist. Muss nicht sein. Ich wollte eigentlich in dieser Folge das Ganze hier abschließen. Diese ganz lebende, wo wir hier sind. Aber, äh, kann sein, dass wir das tatsächlich nicht mehr schaffen. Weil ich noch ein bisschen mehr ist, als ich dachte. Harmonie! Ärger vorbei! Oh, nice, danke. Nice, dann kann ich dann, könnte ich dann, könnte ich jetzt endlich mal ein bisschen mehr leveln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ein Gommel ist halt kein wirklicher Team-Aid. Der macht halt 1 bis 5 Damage. Das ist nix. Kann auch gar nicht mitkämpfen, weißt du? Das ist nix. Zumindest fühlt sich Freddy spitze. Oh! Putz, das ist Luigi und König Cobra. Was macht ihr denn hier? Das hätte doch wohl bis nach dem Essen warten können. Oh je, oh je. W-w-w-w- Die Beine schon wieder? Kraft-Cobra-Golem und Gold-Luigi. Oh mein Gott, das ist der Gold-Luigi. Der erste Endboss in Gold und einer der normalen Bösse aus dem ersten Gebiet in Kraft. In Kraft, ja. Äh, okay. Sind das die anderen beiden Freunde? Könnte sein. Aber ich hab das Gefühl, das werden nicht die einzigen sein. Neue Technik. Pikante Party. Haut rein. Moment, was? Was brennt? Oh, das ist richtig gut damit gemacht. Ja doch, war gut. Arme Miko. Komm, wir verbinden uns ein bisschen. Da-ba-da-da-ba. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Okay, sehr interessanter Kampf. Ich hab das Gefühl, diesen Kampf wird es nochmal geben für, ähm, für das Nebenan und das andere Gebiet. Elfenland oder sowieso ist das. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ja. Hab das Gefühl, dass es für die beiden Gebiete auch nochmal solche Bösse wiedergibt. Gott. Noch möchte ich meinen Streuer nicht benutzen. Noch möchte ich schauen, ähm, wie ich's hier aussehen wird. Weil bisher schaut's ziemlich gut aus für uns, ja? Gold-Ruidi ist jetzt schon down. Er schmeißt einfach so ein Stein. Hat er schon die ganze Zeit gemacht? Ich hab das gar nicht gemerkt. Lol. Er schmeißt einfach ein Stein. Stein auf den Stein werfen. Gut gemacht. Wir leben noch? Ja, Cobra, wir leben noch. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, Luigi. Mia, natürlich. Schade. Was machen die hier? Mein königliches Antl, endlich hab ich es wieder. Ich kann immer Freude aus von einem Bein aufs andere helfen, Papa. Du warst wieder einmal die Rettung in Person. Vielen, vielen Dank. Mach diesen Dunkelnfürsten zunichte. Oder besser gesagt, den dunkleren Fürsten. Wir haben es noch nicht vorbei. Aber ich bin sicher, dass du jeder Herausforderung gewachsen bist. Geh, Klappen. Buh, 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 Buh. Bist mal. Ja. Schöner Überraschungskampf. Geh nochmal in Ruhe am Ende. Mit ein paar Spülscheinen. Dann werden wir in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht. Bei. Mi. Tobia. Yeah. Ich bin Feli Wendor Level 20. Und die lernen sich noch ein bisschen besser kennen. Ja. Hau rein. Ich bin Feli Wendor Level 20.